Ja, hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Hellraiser und wir spielen demnächst auf Twitch die Hofbergmann auf LS19 und heute machen wir einen kleinen Kurzclip, ein kleines Video, denn ich habe von den LS Sonderbauten einen schönen Fortschritt bekommen, einen schönen Feldhäcksler und den darf ich natürlich gleich abholen, wir sind hier bei der Landtechnik in Fuchshausen, bin schon mal früher am Morgen losgelaufen, muss noch 5 Minuten warten, bis die Tore sich öffnen, aber dann kann ich das gute Stück in Empfang nehmen, habe ich mir gegönnt, dafür, ihr seht, am Kontostand ist nicht mehr viel da, das heißt, wir müssen wirklich wirtschaften, ihr habt euch dafür entschieden, dass wir den Hofbergmann betreiben und ich bin mal gespannt, wohin das Ganze läuft, also momentan sieht es ja mit dem Geld echt knapp aus, habe auch schon ein bisschen angefangen, einen ZD habe ich mir gekauft, einen schönen 323er, wie sich das gehört, habe schon mal das Viehzeug, was noch auf dem Hof übrig geblieben ist, was total verwahrlost war, habe ich mir schon mal so ein bisschen Träne gemacht, die Gänse gefüttert, die Kühe gefüttert, es ist noch nicht viel los, aber wir fangen erst mal an, und es ist um 8, ich darf endlich meine neue Maschine in Empfang nehmen, und ich bin echt gespannt, also, was die Jungs da zurechtgezaubert haben, nichts geht über Fortschritt-Technik, auch einer der letzten, die gebaut wurden, zwei Schneidwerke habe ich mir dazu gleich gegönnt, So, jetzt bin ich leise, wir lauschen den Klängen des E282, Der ist ohne Probleme gestartet, Jungs, ich bin begeistert, Dann mal erst das erste Schneidwerk ranwerfen, das kriege ich ohne weiteres hin, ohne gleich irgendwelche Lackkratzer hier reinzuballern, So, wollen wir mal gucken, ein Stückchen vor, jawohl, gucken wir uns doch gleich mal den Innenraum an, sehr schön, so, dann bringen wir das Maschinchen gleich mal zum Hof, Ah, linke Animation ist auch vorhanden, Einmal frei, Über Stock und, oh Gott, oh Gott, schon den ersten Kratzer dran, ey, ich krieg die Mutten, Mein Kumpel ist auch ein bisschen breit, Das war eine sachte Form, aber das kriegen wir hin. Wenn ihr mehr von der Fortschritt Landtechnik sehen wollt und von mir hören wollt auf der Hof Bergmann, Geht einfach mal auf twitch.com, H3 L L R V I Z 3 R, Schreibt sich ziemlich einfach Und seid dabei im Livestream, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder häufiger am Start sein, Jetzt bin ich soweit, dass ich alles vom Lenkrad konfiguriert habe, der PC läuft, Ich hoffe auf keine Stream Schwierigkeiten mehr, Neue Grafikkarte ist auch am Start, Das ist ein ganz schöner Oschi, ey, Da musst du mit dem Maßband fahren, Komm ich da vorne rein, ich versuche es einfach mal, wir werden es auf Krampf mal versuchen, Ich habe mir noch bei einer Auktion die kleine Grasfläche daneben gekauft, Der Herr war nicht so begeistert davon, Aber was soll jetzt... Auch... Natürlich steht hier alles im Weg, ne... Verschiedene Farbwahlen sind natürlich auch möglich, ne... Jetzt muss ich den erstmal bei Seite rein, das geht mir so nicht... Aber der Junge war schon darauf vorbereitet hier, eine Attacke zu machen... Aber wenn ich jetzt den Feldhexler habe... Aber ich dachte zurückfahren... So... So, lassen wir mal gucken, wo wir das Ding hier verbreiten... Denn hier hat noch nicht so wirklich alles seinen Platz... Ihr seht, der ZT und der HW80, die stehen hier ohne mit dem... Im Weg rum... Also wir müssen hier erstmal aufräumen... Hier noch ein alter Güldener, was ich mit dem mache, weiß ich auch noch nicht... So... Aber wir können erstmal... Den Jungen... Manövrieren mit Lenkrad und Pedale ist noch nicht so meins... Das Achtemachen... So, wir lauschen nochmal dem Sound... Gemütlich... Auf jeden Fall ein geiles Teil... Wie gesagt... Alice Sonderbauten... Auch mal auf Facebook vorbeischauen... Die Jungs sind konkret in Ordnung... Haben das Ding zur Verfügung gestellt... Kleiner Geheimtipp... Falls man so ein bisschen Ostergie-Technik sucht... Ähm... Ich glaube... Die stellen auch noch andere Sachen zur Verfügung... Man munkelt... Ich will nicht zu viel verraten... Aber einfach mal durchscrollen... Mal einen Gefällt-mir-Button drücken... Grüße gehen raus an die Jungs... Schön, dass ihr das Ding zur Verfügung gestellt habt... Beziehungsweise uns allen... Das steht ja allen zur Verfügung... Und dass ich mir den jetzt gegönnt habe... Ähm... Dass sie den vorbeigebracht haben... Auf Hof Bergmann... Ich bin damit erstmal kurz raus... Euer Hellraiser... Wir sehen uns im Livestream... Was ist das nicht? Was ist das nicht? Wir sehen uns im Livestream... Wir sehen uns im Livestream...